Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Orakel von Dölfi und ich freue mich, euch heute die Planetenbotschaften der Woche vom 9. bis zum 15. Januar 2023 erzählen. Wie fängt es an? Wir schauen wieder auf den Mond. Was macht der Mond? Der Mond läuft diese Woche Montag bis Dienstag um 15 Uhr ist er im Löwen, abnehmender Mond in Löwe. Dienstag bis Donnerstag ist der abnehmende Mond in Jungfrau und Freitag früh, also in der Nacht ist der Wechsel, Freitag früh bis Sonntagmittag um 12 ist der Mond in der Waage und ab Sonntagmittag ist der Mond dann im Skorpion. Die ganze Zeit sind wir in der abnehmenden Phase. Das heißt, es geht auch darum, Dinge loszulassen, weg von einem, auszulösen. Dann gibt es aber noch etwas, was diese Woche super, super wichtig ist und deswegen ist das Loslösen vielleicht jetzt nicht so dynamisch, wie ich es gerade vormache, denn der Mars ist jetzt im Moment stationär auf dem 9. Grad in Zwillinge und wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dann endlich wieder direktläufig. Das heißt, die Rückläufigkeit des Mars ist Mitte, Ende dieser Woche dann vorbei. Dazu aber gleich mehr. Gut, der Mond in Löwe ist von der Energie her, die Tagesschwingung, die Tagesenergie ist nicht unbedingt für Griesgrämigkeit, denn das Löwezeichen ist ein Zeichen der Freude und der Vitalität. Daher, was kann ich euch raten? Tut Dinge, die euch gut tun. Tu, was dir Spaß macht und was mit dir persönlich zu tun hat. Tu Sachen, die dir wirklich am Herzen liegen. Jeder von uns und jede von uns ist eine Sonne, denn wenn wir astrologisch schauen und wir schauen auf ein Horoskop, dann ist die Sonne das Symbol für die Identifikation, mit der ich durchs Leben laufe. Und jeder von uns ist eine Sonne, jede und jeder hat eine Strahlkraft. Und wenn der Mond im Löwen ist, dann ist es immer wichtig, sich dieser Strahlkraft auch bewusst zu sein. Wie strahle ich denn? Was strahle ich aus? Ja, und wie viel Freude gönne ich mir im Leben? Was erlaube ich mir? Deswegen, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt oder wenn ihr euch ein bisschen schlapp fühlt, dann geht und macht Sport. Powert euch aus, geht in die Sauna oder geht in die Sonne, sofern sie scheint. Geht tanzen, spielt mit Freunden, mit Kindern oder mit euch selbst. Hauptsache, es bringt Spaß. Drückst du vielleicht auch wirklich aus, was dir am Herzen liegt? Also wie war es jetzt die letzte Zeit? Du hast eine Idee, eine Vision, einen Traum. Bist du denn jetzt so weit, das wirklich so auszudrücken, wie es genau dir entspricht? Wie steht es um deine Träume, um deine Vision? Wie viel innerer Kritiker hält dich noch davon ab? Und wie viel innerer Realist hat vielleicht dir schon Ideen gegeben, wie du deine Träume in die Wirklichkeit umsetzen kannst? Genau, das sind die Themen von Montag bis Dienstagnachmittag um drei, also in unserer Berliner Ortszeit. Genau, Dienstag bis Donnerstag, der Mond in Jungfrau, abnehmender Mond in Jungfrau, super Tage zum Ausmisten, zum Sortieren, zum Entschlacken, also Fastentage kann man da auch einbauen, vielleicht so die ersten Fastentage nach der Silvester- und Weihnachtszeit. Super Tage, um mal so richtig Ordnung zu machen, um sich halt auch was Gutes zu tun. Vielleicht statt dicke, fette Sachen zu essen, vielleicht mal so Suppentage machen, wenn ihr nicht ganz ohne Essen auskommen wollt. Den Arbeitstisch aufräumen oder halt eben auch da die Dinge rauszuschmeißen, die euch nicht mehr nützlich sind. Dinge, Menschen, Situationen, Verhaltensformen, vielleicht auch das eigene Verhalten, was euch nicht mehr weiterbringt, wäre auch etwas, was man mal ausmisten könnte, oder? Und dazu gibt es eine wunderbare Übung. Stell dir vor, es gibt Dinge, wo ihr denkt, damit ich mit mir jetzt irgendwie weiterlaufe und genau das erreiche, was ich auch möchte und dass ich halt vielleicht auch meine besten Freunde oder meine Familie nicht immer wieder verschrecke oder so. Gibt es so bestimmte Dinge, die ich mir einfach mal abgewöhnen könnte? Gibt es. Ja, wenn ihr achtsam seid, wenn ihr auf euch schaut und ehrlich mit euch seid, jeder hat irgend so ein Ding, was er mal ablegen kann, so im neuen Jahr. Das können auch natürlich Gewohnheiten sein, Verhaltensformen oder Gewohnheiten. Oder auch zum Beispiel, es gibt so Dinge, vielleicht die eigene Unzufriedenheit wird immer auf die anderen gemünzt und immer sind die anderen schuld. Das ist auch eine Verhaltensform, die kann man ablegen. Oder typisch jungfräulich, dieses Nörgeln, Leute immer anzunörgeln und statt zu sagen, was man dann wirklich will, anstatt zu sagen, ich wünsche mir von dir dies und das, wird erst mal rumgenörgelt. Ja, auch etwas, was man ablegen kann. Oder Misstrauen. Skorpion, Steinbock, Aszendenten kennen vielleicht dieses Thema Misstrauen. Immer so erstmal kritisch zu gucken, anstatt zu sagen, okay, ich kann das ja mal einfach mich open-minded dazu stellen und sagen, hey, ich gucke mal, was da kommt. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob das für mich gut ist oder nicht, anstatt gleich so mit so Misstrauen zu reagieren. Oder auch solche Dinge, die Löwe, Schützer, Aszendenten vielleicht kennen. Das Ding mit der Verschwendung. Immer muss ich von allem zu viel. Vielleicht möchte ich ja lernen, mal ein bisschen weniger ist mehr zu agieren. Auch eine Gewohnheit, die man sich abgewöhnen kann. Oder Stiermenschen. Sturheit, Komfortzonenverlässlichkeit. Also, was bringt mich aus meiner Komfortzone und bin ich bereit, das vielleicht auch dann loszulassen, damit ich selber weiterkomme, damit ich wachsen darf, damit ich mich entwickeln darf. Es gibt so viele Dinge und jeder hat irgendetwas, wo er sagt, oder sie natürlich, ach, immer wieder mache ich das. Und ja, genau um diese Dinge geht es. Bei Abnehmendem Mond in Jungfrau könnt ihr davon lassen. Aber bitte nur eins zur Zeit, denn wir haben Mond in Jungfrau, das heißt immer schön scheibchenweise. Nehmt euch mal eine Sache, eine Verhaltensnorm, die ihr, wo ihr sagt, ach, das kann ich echt, das kann ich jetzt echt mal lassen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Erstens, egal was es ist, es ist irgendwann mal angeschafft worden oder angewöhnt worden, vielleicht auch durch die Erziehung geprägt worden, weil es vor irgendetwas schützen sollte, weil die positivste Absicht dahinter stand. Ja, wenn ich halt irgendwie misstrauisch bin, dann kann ich nicht bös überrascht werden zum Beispiel. Das ist die gute Absicht dahinter. Wenn ich rumnörgle, kann es auch sein, dass es etwas ist, was ich mir angewöhnt habe, weil meine Eltern auch immer rumgenörgelt haben. Also habe ich mir das angewöhnt und mir ist das gar nicht so klar. Ja, aber wenn ich das spüre und merke, dass ich damit Leute immer wieder vor den Kopf schlage oder dass Menschen deswegen genervt auf mich reagieren, dann wäre es vielleicht an der Zeit zu sagen, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß für mich. Nicht für den oder die, sondern für mich. Also nehmt eine Sache, erlaubt euch so ein halbes Stündchen Zeit, ja, geht in euch, vielleicht durch fünf Züge bewusstes Atmen oder so eine Mini-Meditation, einfach mal in die Ruhe kommen, ausatmen, einatmen, ruhig sein, versuchen, Gedanken vorbeifließen zu lassen. Und wenn du dann in der Ruhe bist, in dieser meditativen Ausrichtung, dann nimm Kontakt zu dieser Verhaltensnorm, die du verändern möchtest, auf. Also zum Beispiel zur inneren Verschwenderin oder zum inneren Sturkopf oder zum inneren Schuldzuweiser, ne, also was auch immer es ist. Nimm Kontakt auf zu dieser Teilpersönlichkeit in dir, zu diesem Verhalten. Frage es, als ob es eine kleine Person in dir wäre, ob sie sich vorstellen könnte, diese Gewohnheit abzulegen. Ob sie bereit ist, für eine Weile mal etwas anderes auszuprobieren. Ja, die Absicht war ja mal gut, aber jetzt ist sie irgendwie obsolet und deswegen stört sie und daher ist die Frage, wäre es vielleicht mal an der Zeit, mal auszuprobieren, diese Verhaltensform zu verändern. Frag also dieses Verhalten, diese Gewohnheit, ob sie bereit wäre, mal was anderes auszuprobieren. Und dann ist wieder deine Fantasie gefragt. Also die Löwe, die Fischeenergie, die Kreativität, die Fantasie. Diese Seiten, die kreativen, fantasievollen Seiten in dir, die können dann Alternativen stellen und sagen, guck mal, wir könnten das ja so mal ausprobieren oder das mal ausprobieren oder es so mal machen. Wie wäre das? Dann kann es sein, dass in dir selber auch wieder irgendjemand, irgendeine Teilpersönlichkeit von dir, vielleicht dein innerer Mars oder dein innerer schlecht gestellter Merkur oder so, dann schreit, wehtu, ich bin dagegen, wo komme ich denn da hin, wenn ich das verändere? Dann kennt man mich ja gar nicht mehr oder wenn ich das verändere, das interessiert doch sowieso keinen oder so. Es gibt immer solche inneren, kleinen Nörgler, die sagen, ich weiß ja gar nicht. Hört zu, schaut, was für ein Gefühl ist das, was dahinter steckt, warum in euch diese Gegenwehr, diese, wie sagt man, diese Gegenwehr entsteht. Und auch diesen Anteil könnt ihr fragen, guck mal, wir machen das jetzt mal einfach für drei Wochen oder wir machen das mal, wir probieren das jetzt mal aus, bis der Merkur wieder direktläufig wird am 18. Januar oder bis der Merkur den Steinbock verlässt im Februar, Anfang Februar. Probieren wir einfach mal diese neue Verhaltensform aus. Wie wäre das? Versuche dieses mal zu praktizieren. Das ist sozusagen meine kleine Aufgabe, die ich euch in diese Woche gebe. Ich habe euch ja letzte Woche schon Aufgaben gegeben. Einfach deswegen, das ist so eine Art Selbstcoaching, einfach um mit einer anderen und neuen und einer bewussten Energie in das Jahr 2023 zu starten. Und wenn ihr euch mit diesem beschäftigt habt, das könnt ihr ja auch schriftlich so aufschreiben dann, ja, und von mir aus auch zur Seite legen, wenn ihr aber bereit seid, diese Alternative, die ihr euch selber vorgeschlagen habt oder die ihr woanders gesehen habt und gesagt habt, ja, so will ich es haben, so will ich es machen, wenn ihr euch das notiert habt und dann bereit seid, es zu praktizieren, dann wird euch der Mond, wenn er in die Waage geht, genau dabei helfen. Freitag früh, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist der Wechsel bis Sonntagmittag um 12, in unseren Breitengraden natürlich nur, ist der Mond in der Waage. Und da könnt ihr tatsächlich üben, denn Waage-Mond hat immer die Energie des Brückenbauens und es ist immer auch die Bezogenheit auf die anderen, den Kontakt auf die anderen, die Menschen, mit denen ich in einer engeren Beziehung stehe. Das können die Kinder sein, die Partner und Partnerinnen, die Eltern, die Kollegen und so weiter, die besten Freundinnen oder was auch immer. Dann eben, das ist eine Verhaltensentscheidung, die ihr dann getroffen habt und die könnt ihr dann bei Waage-Mond üben. Erlaubt einfach, dass es dann mal anders sein darf. Und wenn es auch nur das sei, dass ihr sagt, okay, jetzt habe ich immer alle sozusagen abgeschreckt und weggenörgelt, vielleicht könnte man ja da mal anrufen und sagen, du, mein Tonfall war neulich nicht so nett oder du, ich habe gemerkt, dass ich immer so und das tut mir leid, dass wir da deswegen neulich zusammengestoßen sind. Also auch dafür kann ein Waage-Mond sehr, sehr nützlich sein. Besonders, weil es ja ein Abnehmender ist. Das heißt, es geht darum, die Dinge loszulassen. Und Tschüss zu sagen. Und dann, wenn der Mond am Sonntagmittag in den Skorpion geht, dann geht das direkt weiter. Also wir kommen in Beziehung, wir nehmen Kontakt auf, wir versuchen unsere Verhaltensform, unsere veränderte, bewusst entschiedene Verhaltensveränderung dann auch anzuwenden. Kann es passieren, dass gerade dann am Sonntag beim Mond im Skorpion jemand kommt so, ey, so kenne ich dich aber gar nicht. Du warst doch sonst früher anders. Das sind aber genau die, die euch triggern wollen, damit ihr euch wieder zurück in die alte Verhaltensform zurückbegebt. Ja? Lasst euch davon nicht triggern. Dann sagt ihr, tja, tja, ich habe halt jetzt entschieden, ich mache es anders. Irgendwas dagegen? Das kann manchmal auch in euch selber stattfinden, aber sehr oft kommt das von außen. Ja? Lasst euch davon aber nicht ins Boxhorn jagen. Lasst euch davon nicht erschrecken. Denn wenn das, was ihr für euch entschieden habt, was ihr jetzt verändern wollt, wirklich euren wahren, ehrlichen Gefühlen entspricht, dann dürft ihr nicht zulassen, dass von außen euch da jemand emotional runterdrückt und euch letzten Endes wieder abhängig macht von dem, wovon ihr euch gerade trennen wollt. Okay? Das sind also die Mondenergien dieser Woche und erlaubt einfach, sagt jetzt nochmal der kommende Skorpionmond, der nächsten Sonntag dann schon wirkt, erlaubt euch durch eure eigenen Erlebnisse und euch eure eigenen Entscheidungen wandeln, transformieren zu lassen. Okay? Sehr schön. Dann wollen wir mal schauen, was es noch diese Woche gibt. Tja, wie gesagt, das Allerwichtigste, der Mond wird, äh, nicht der Mond, ach, was erzähle ich denn? Der Mars wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder direktläufig. Und zwar nach Berliner Ortszeit um 22.57 Uhr auf dem 9. Grad in Zwillinge. Da steht er aber jetzt fest schon die ganzen Tage, also schon am Wochenende, aber auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und das fühlt sich so an, als ob man eine, äh, wie heißt es, eine Handbremse gezogen hat und zwar so feste, dass man sie nicht mehr losbekommt. Das ist gerade neulich an Weihnachten meiner Mutter passiert. Mein Neffe hatte die Handbremse gezogen und er natürlich mit seinem starken Arm hatte sie so feste gezogen, dass sie dann nicht loskam und ihn bitten musste, bitte mit seinem starken Arm die Bremse wieder zu lösen. Dann saß sie da und zog und zog und kam nicht weiter. Und sowas, so ähnlich ist stationärermaß. Wenn ihr also irgendetwas jetzt gerade rauslancieren wollt, ein neues Projekt oder so, oder irgendwas habt ihr jetzt zu Ende gearbeitet und denkt so, jetzt, jetzt geht's los. Lass es lieber. Ja, wir haben ja ohnehin auch noch den rückläufigen Merkur. Also vor dem 18. Januar, gerade wenn es um kommunikative Dinge geht oder auch um geschäftliche Dinge, ja, lasst euch die Zeit bis zum 18.01., bevor ihr so richtig in die Vollen wieder geht. Aber auch diese Woche wird vielleicht gerade auch Situationen, wo man vielleicht tatsächlich auch mit anderen im Streitgespräch ist oder so. Da werden sich die, ihr werdet euch festbeißen an den Dingen und ihr werdet nicht weiterkommen. Also lasst es lieber gleich. Denn der neunte Grad in Zwillinge sagt, hat sowieso eine Botschaft für euch. Der neunte Grad in Zwillinge bedeutet, den Geist fokussieren durch Selbstbeherrschung. Das heißt, der Maß, der jetzt wieder direktläufig wird auf diesem Grad in Donnerstagnacht, der hat diese Botschaft für euch. Es ist an der Zeit, anstatt immer herum zu kämpfen und immer noch mehr Waffen und noch mehr Krieg und noch mehr und noch mehr Verletzungen und noch mehr Wunden zu schlagen, ist es an der Zeit, endlich zu lernen, was das Menschliche ausmacht. Das Menschliche hat nämlich ein hohes geistiges und seelisches Potenzial. Ja, darin unterscheiden wir uns tatsächlich von Tier. Das Tier hat auch eine Seele. Ja, und es hat auch eine gewisse Intelligenz. Das sehe ich ja an meinen eigenen Haustieren. Aber dieses Geistige auseinandersetzen und sich halt auch über über das geistige Moment, auch sozusagen von dem rein aggressiven sich gegenseitig kaputtbeißen hinausgeht. Das ist das, was uns Menschen ausmacht und das muss uns jetzt endlich mal klar werden. Und dieser neunte Grad in Zwillinge hat eben genau diesen Inhalt. Denn früher, gehen wir mal 120, 150 Jahre zurück. Oder auch, natürlich, es gibt auch heutzutage gibt es auch, also ich gehe jetzt mal von unserer Blase aus hier in Europa, aber auch heutzutage gibt es natürlich immer noch genug Menschen, die glauben, nur Waffen sind die richtige Antwort auf irgendeinen Streit. Das haben wir ja gesehen, 2022. Und es brodelt an allen Ecken. Aber das ist eigentlich das, wo wir uns immer noch auf dieser niederen Ebene, ganz ehrlich, auf der niederen Ebene bewegen. Früher galten Waffen und Gewalt als einziges Mittel, um für das Überleben zu kämpfen. War bestimmt auch mal richtig. Mag sein. Ich weiß es nicht genau. Aggressivität wurde jedenfalls als völlig normale, menschliche, berechtigte Verhaltensnorm angesehen, besonders für Männer. Denn wenn Frauen mal lauter oder aggressiver wurden, dann waren sie ja hysterisch. Männer durften immer laut und aggressiv sein. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also eigentlich noch Zweiter Weltkrieg mindestens. Erster Weltkrieg sowieso. Was wurden da die Soldaten gefeiert, weil sie in den Krieg gezogen waren? Dazwischen gab es dann diese nie wieder Kriegparolen, zum Beispiel Käthe Kollwitz oder andere Künstler oder überhaupt. Die Menschen wollten nach dem Ersten Weltkrieg keinen Zweiten. Und letzten Endes wären sie nicht so himmelhoch verarscht worden, sorry für das Wort, ja, mit dieser Grundlüge. Dann hätte es diesen Zweiten Weltkrieg so in der Form auch nie gegeben. Jedenfalls mindestens seit Gandhis friedvollen Demonstrationen oder eben die 20er Jahre oder die Friedensbewegung der 60er Jahre. Und es gab davor auch nochmal eine Bewegung. Ja, also wir waren ja in Deutschland zum Beispiel, gab es ja erstmal keine Bundeswehr und die Menschen wollten das auch nicht. Wurde dann wieder eingeführt, okay, ist Geschichte, ist auch nicht jetzt so wichtig. Das, worum es mir geht, ist, dass jeder mal bei sich selber anfängt und sich mal anschaut, wie viel Bewusstsein eigentlich jetzt da passiert ist. Wie bewusster wir mit dem Thema von Gewalt und Waffen und was wir damit überhaupt erreichen können, geworden sind. Ja, denn was passiert, wenn die Verteidigung nicht nur, ja, praktisch nicht nur die Verteidigung uns schützt oder auch die territoriale Sicherung, was ja auch eine Art von Verteidigung ist, sondern wenn wir eben Waffen, Krieg, Gewalt benutzen, um zu zerstören und um zu erobern. Das haben wir Menschen ja auch schon lange Zeit getan. Ist ja auch irgendwo vielleicht adäquat, aber ich finde, das ist inzwischen nicht mehr das Mittel. Und tatsächlich glaube ich tatsächlich daran, dass genau da unsere eigene spirituelle Höhe angezeigt wird. Das ist ein Indikator. Ob wir den Versuch wählen, unsere Interessen mit Gewalt durchzusetzen oder auch gegen Schwächere oder Andersdenkende oder Andersaussehende oder meinetwegen auch gegen Frauen unsere Interessen durchsetzen und zwar mit Gewalt oder auch, da gab es ja jetzt gerade zum Jahreswechsel wieder so Situationen, wo man auch denkt, so, haben die alle irgendwie einen Hackenschuss oder was? Was geht denn hier gerade ab? Also, anstatt immer gewalttätiger zu werden, weil ihr vielleicht Angst habt, dass die Welt sich ändert und dass ihr nicht wisst, was jetzt als nächstes kommt, da wird euch die Gewalt aber auch nicht weiterbringen. Und wir, das, was uns Menschen ausmacht, ist, dass wir ja genau das schon über die Religionen versucht haben, schon seit Jahrtausenden klarzumachen, dass wir die menschliche Gemeinschaft sich ganz besonders dadurch auszeichnet, dass sie nämlich die Schwächeren integriert und nicht kaputt macht, wie das bei tierischen Sippen zum Beispiel ist. Bei Tieren ist es aber wichtig, dass die schwächsten Glieder vielleicht auch ausgestoßen werden, weil das das Überleben der Sippe garantiert. Darüber sind wir Menschen aber schon lange hinaus. Ja, schon mindestens seit der Pest, sage ich mal. Aber ich glaube, wahrscheinlich schon viel länger. Ich weiß es jetzt nicht. Ist jetzt mal nur eine Vermutung. Wie auch immer, unser spirituelles Level lässt sich daran messen, inwieweit wir andere unterdrücken oder halt eben mit Waffengewalt versuchen zu vernichten. Und es gibt sogar unter den Spirituellen natürlich auch Menschen, die versuchen, abhängig zu machen oder zu unterdrücken oder so. Denkt nur an irgendwie Sekten oder an Fundamentalisten und so weiter. Was aber der Maß hier auf dem neunten Grad in Zwillinge auf jeden Fall euch uns eigentlich ganz klar machen will, ist, dass es ist vorbei, wenn wir als Menschen, als Gemeinschaft auf dieser Erde, auf diesem Globus, als menschliche Gemeinschaft, die wir alle auf dem selben Globus, im selben Boot sitzen, endlich aufhören müssen, ist zu glauben, dass wir mit Waffengewalt oder mit Unterdrückung auch nur irgendetwas erreichen könnten, was uns in die Zukunft führt. Und deswegen sage ich, der spirituelle Level zeigt sich genau da. Ja, und wenn sich auch religiöse Führer mit Gewalt durchsetzen müssen, dann ist da für mich gar keine Spiritualität. Also dann ist das für mich Tier, nein, unter der Tiernorm. Denn die Tiere haben einen Grund. Ja, aber wenn jemand irgendetwas glaubt und glaubt, andere unterdrücken zu müssen, weil sie nicht das glauben, was derjenige glaubt und das dann mit Gewalt macht, dann finde ich das noch tiefgründig, also noch Level, noch tiefer als jedes Tier. Da lobe ich mir die Ehrlichkeit der Tiere. Daher Schluss mit den Glaubenskriegen und allen Formen der Ismen. Denn wir sind alle Individuen, wissen wir doch. Spätestens seit dem Leben des Brian wisst ihr doch alle, wir sind alle Individuen. Ich nicht. Nee, klar. Du auch nicht. Doch. Na dann, weißt du ja Bescheid. Es gibt noch eine Konstellation, die dieses Thema noch mal, wie soll ich sagen, ja noch mal anspricht. Und das betrifft ganz besonders die Menschen, die in Wassermann und Witter geboren sind und zwar in der zweiten Dekade. Also die, die zwischen dem ersten und dem elften des Monats Geburtstag haben. Aber auch alle und zwar alle Zeichen, die 2000 geboren wurden, 92, 93 geboren wurden, zwischen 71 und 74 geboren wurden, die 50er Jahre, die, die in den Jahren 42, 43 geboren wurden und alle diejenigen, falls es überhaupt noch wichtig ist für euch, vielleicht steht ihr auch völlig drüber schon, die 99 sind. Genau. Weiter gehe ich jetzt nicht, weil so viele hundertjährige, glaube ich, haben wir hier in Deutschland gar nicht. Diese, all diese Menschen sind ganz besonders von dieser Konstellation angesprochen, die die ganze Woche wirkt und zwar die Konstellation zwischen Venus und Chiron. Venus in Wassermann und Chiron in Witter bilden ein schönes, dickes Sextil zueinander. Und das ist eine schöne Verbindung, weil es darum geht, die eigenen Wunden zu heilen. Es geht darum, bei Chiron geht es, also das sind diejenigen, die Chiron, also die Jahrgänge, die ich eben genannt habe, haben Chiron in Witter. Das heißt, ihr habt gerade auch die Chiron-Wiederkehr, schon seit dem letzten Jahr und noch dieses ganze Jahr. Und wenn die Venus sich damit verbindet, geht es aber um Verzeihen. Da geht es darum, egal welchen Schmerzen du ausgesetzt warst, ob sie von außen kamen oder von innen, ob sie durch deine Familie geprägt wurden oder vielleicht auch dadurch, dass du irgendetwas verloren hast in der frühen Zeit deines Lebens. Schmerzen, für die du selber eigentlich überhaupt nichts konntest und an denen du vielleicht immer noch knabberst, dann nutze gerade diese Woche, um dich damit zu versöhnen. Sei es, dass du vielleicht nochmal eine extra therapeutische Sitzung bei deinem Therapeuten machst, bei dem du eh schon bist oder dass du vielleicht auch dir selber was Gutes tust oder vielleicht halt auch selber dir bewusst machst, wo du selber noch so verkrampft bist und immer noch die Schuld bei den anderen suchst. Versuche zu verzeihen, versuche dich zu öffnen und zu sagen, diese Schmerzen haben mir auch viele Erfahrungen gegeben. Ja, diese Wunden, die haben mir auch eine Sensibilität gegeben. Je nach Jahrgang, je nach Alter seid ihr vielleicht sogar in der Lage gewesen, den Schmerz, den ihr früher mal erlebt habt, sozusagen zu kompensieren und zu verarbeiten und darüber dann jetzt heute anderen Menschen zu helfen, die mit ähnlichen Wunden, Schmerzen oder Leiden zu kämpfen haben. Ja, das kann in alle Bereiche gehen, also von körperlichen Schmerzen zu dem Schmerz, vielleicht Heimatverloren zu haben oder Kriegsschmerzen oder wie gesagt, das können alle möglichen Sachen sein. Nutzt diese Woche, um euch damit zu beschäftigen, ja, mit dem, was euch immer wieder, wie so ein Klumpen am Bein, immer wieder in eure, ja, in so ein Gefühl von, da ist es schon wieder oder so, bringt. Es tut gut, andere zu heilen. Es tut gut, das eigene halt auch weiterzugeben. Wichtig ist, dass ihr es nicht nur kompensiert habt, sondern dass ihr es wirklich verarbeitet habt, dass ihr es wirklich für euch auch angenommen habt, dass ihr diesen Schmerz, diese Wunde, die ihr in euch tragt, dass ihr die irgendwann mal angenommen und akzeptiert habt und wirklich in dem Bewusstsein, ja, das gehört auch zu mir und genau das macht mich auch aus. Schafft euch mit der Venus im Wassermann ein bisschen geistige Distanz, damit ihr einen anderen Blickwinkel auf die Dinge ermöglichen könnt und auch sagen könnt, okay, da war mal der Schmerz, so weit bin ich heutzutage gekommen, guck mal, was ich daraus gemacht habe. Wow! Ja, es kann auch eine sehr positive Empfindung sein. Also klammert euch nicht mehr an das, was die Wunde wieder aufschürt und macht euch nicht vor, dass das Lebensintensität bedeutet, ja, dass jeder Schmerz Lebensintensität, dass Liebe nur schmerzen darf. Das ist Quatsch, ja. Lasst ab von diesen alten Glaubenssätzen, sondern heilt euch und andere durch die Selbstannahme, durch das Verzeihen. Und wenn ihr nicht wisst, wie, schreibt euch, macht eine Story daraus, ähm, keine Ahnung, fangt an, ein Buch zu schreiben, äh, bastelt was oder arbeitet es in Ton, was auch immer. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Oder singt ein Lied, was euch gut tut. Auch das, denn der Mars, der ja jetzt ab Donnerstag wieder direktläufig ist und, ähm, dann praktisch bald dann in Krebs geht, äh, da wird er dann sein, wenn der Pluto in den Wassermann geht, aber der Mars braucht euch, ja. Der Mars und der Pluto, der bald in den Wassermann geht, die brauchen euch. Wir sind kurz vor einem, vor einer großen epochalen Veränderung und die startet bei uns, ne, und nicht bei den Altbackenen, die einfach nicht ablassen wollen von ihren alten obsoleten Bildern, die sie irgendwie sich hier in den Kopf getackert haben und die unbedingt jetzt weiterleben müssen, ja. Die alten Bilder gehen gerade. Und deswegen dürfen auch alte Wunden einfach mal verabschiedet werden in vollster Liebe und Annahme. Also, macht euch bereit, macht euch stark für 2023. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche und wir sehen uns spätestens in der nächsten Woche und oder heute Abend, also Montagabend, den 9. Januar, beim Magic Monday auf Twitch.tv. Schaut hier, klickt mich an um 18.30 Uhr. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao, euer Orakel von Delphi.